Zahlreiche Steppkes waren am Donnerstag in der Hoyerswerda Stadtbibliothek. Dort hatte man anlässlich des Tag des Buches zu einem bunten Aktionsnachmittag geladen. Die Mädchen und Jungen konnten sich in einem sportlichen Parcours austoben, zum Piraten oder zur Prinzessin schminken lassen und basteln. Stöbern in den Regalen gehörte natürlich auch dazu.